Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League 2 gegen 2, ich hab zwar 2 gegen 2 und 3 gegen 3, das Standardding reingemacht und uuuuh 1-1, oh wie schön, das haben wir selten, das gleiche am Anfang, ich das Tor schieße, oft kassiere ich eins, das kam schon in zig Paaren vor, wenn ich es länger gucke, der wird dort wissen und jetzt ist das einfach mal so schön, das finde ich gut, äh, das finde ich geil, das können wir beigehalten, können wir gleich noch ein 2-0 schießen, ich hört nix dagegen, ne, so ist das, ähm, und nehm ich mir da mal in den Bus, hätte ich mir dann auch in der Mitte schnappen können, aber da waren gerade andere Leute und ja, er ist schon weg, wahrscheinlich hätte ich den gar nicht mehr gekriegt, war so gesehen, schätze ich mal eine gar nicht, ein gar nicht so schlechter Einwand, ähm, hier zu, den da hinten zu nehmen, würde ich mal sagen, nein, nein, oh mein Gott, mein Boost, meiner Arschloch, Arschficker, so den, oh, und schon wieder kriege ich hier einen Boost geklaut, man, das kann doch nicht wahr sein, Alter, so, das, 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 das mag ich nicht, Hau den mal, hau den ins Tor, hau den ins Tor, hau den ins Tor, oh nein, mein Boost, ich habe auch in letzter Zeit das Fliegen noch ein bisschen intensiver geübt, ich weiß nicht, wenn das irgendwann nochmal hier, dass ich das irgendwann nochmal anwenden kann, wo es auch klappt, es klappt, ich bin natürlich noch kein Profi im Fliegen, aber es klappt besser und besser, aber ab und zu verfehlt man dann halt schon auch und ich hoffe mal, dass der Vorführeffekt Vorführeffekt nicht eintreten wird und man das vielleicht auch irgendwann mal sieht in einem Part, was ja eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil Rocket League nehme ich ja doch relativ aktiv auf und, ja, das war ein schönes, doch, das kriegt ein guter Schuss, das kriegt er, guter Pass hat er sogar geschrieben, das schaue auch nochmal, danke, das hier ist ein bisschen komisch, das wäre nämlich selbstlobe, aber, äh, was willst du machen, was willst du tun? Den Busch schnapp ich mir mal, na, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, fuck, nicht, 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 rein, ah, schade, kein Bock auf 2, 1 Ah, bisschen unglücklich gelaufen Oh, ich dachte schon, ah, komm, jetzt Pinglex wegen diesem blöden Kabelzeichen da vorne, wenn ich das sehe, dann, dann bin ich immer schon bedient Komm, 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 ah, nein Meiner, meiner, meiner Mein Busch Einmal schnell in die Ballkammer, jetzt könnte ich zum Beispiel fliegen, aber ich glaube, den treffe ich nicht, doch, ich treffe ihn aber nicht allzu sinnvoll Also, obwohl, war gar nicht so übel Der geht jetzt vielleicht rein, notfalls helfe ich nach, ja War jetzt ein bisschen geklaut, aber eigentlich darf er sich nicht beschweren, er hat sogar geschrieben, guter Schuss Weil, äh, der, wie der gelandet ist, da hätte er einen, einer mit einem Boost Relativ unwahrscheinlich, aber vielleicht den noch rauskicken können, da wäre der doof geflogen Aber ich glaube, der ist gar nicht, der ist gar nicht sauer auf mich, das ist ein lieber Boy Da kann man sich das ruhig mal erlauben So, kriege ich den rein? Ah, nee, schade, wenn ich den besser getroffen hätte, dann wäre das Vielleicht hätte es das vielleicht anders ausgesehen, komm, 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 ah Schade, hau rein, ah, nee, wird nix Nein, oh, fuck Ich nehme mal hier den Zwölfer Boost einmal, den kleinen und dann hier rum Nein, oh, nee, oh, Alter, ich dachte, ich schieße ein Eigentor, ich hätte mir so in den Arsch gebissen Weil Eigentor in der Aufnahme, Freunde, das ist peinlich Und jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber, ah, beide verkackt Noch viel mehr, aber ganz gut Aber entschuldige Leute, ich meine zu sagen, äh, ups, wollte ich gar nicht sagen Nein, kein Problem, wollte ich sagen Nein Das sind die Folgen, wo wir auf dem Chat konzentriert, die da einfach am besten nichts schreiben sollen Wobei, ich weiß nicht, ob das was geändert hätte Alter, Fall da Ich gehe mal hier Oh Gott, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt Oh mein Gott Ja, 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 ja Schade, wäre der dran vorbeigefallen, hätte ich den einfach die Wand weitergedonnert Und den dann eventuell dementsprechend reingehauen Den Bus hole ich mir da hinten wieder Wo prallt er auf dem Boden oder gegen ihn? Scheiße, steht doch nicht im Weg, Mann So, hat er nicht getroffen Steht er da? Macht dich doch mal nützlich, Jüngchen Ne, unser Team hat das echt korrekt Der spielt auch relativ gut, finde ich Den Bus nehme ich mir mal eben Ja, schade Noch ein Nachtreffer und der wird drin, egal Das lief jetzt nicht so glücklich Nein, nein Glück gehabt Weg, 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 weg Ja So, jetzt aber Musste der aber auch so doof liegen Richtig schön am Rand des Tores Das treibt mich an den Rand Das ist Wahnsinn Ist der Bus noch da? Aber war so klar, dass der weg ist, Alter Weiter mit dem Oh nein, 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 nein, nein So schräg fliegen muss ich nochmal üben Und dann in der Luft groß steuern, wobei das verdammt schwierig ist Puh Nein, boah Gerade passiert mir aber auch nur ein peinliches Ding nach dem anderen So, nein Mein Blut, das ist meiner Vielleicht habe ich schon Ja, zwei Tuche habe ich schon Ich hatte nur eins in Erinnerung Oh, schade Das wäre schön gewesen Selbst vorgelegt und dann noch ein Bam, bam Ach, kacke Jo, das hoffe ich mal, es hat euch gefallen Wir sehen uns im nächsten Bad wieder Äh, wieso sage ich kacke? Wir haben ja eigentlich gewonnen Eigentlich kann ich heavy sein Yay Freue ich mich im Nachhinein Wenn ihr euch auch so freut wie ich Dann lasst mich das mit einem Daumen nach oben wissen Bis zum nächsten Bad Ciao Ciao